Guck mal, das hat mein Ducati. Ey übrigens, das Rotkäppchen haben wir anscheinend erledigt. Obwohl wir ja eigentlich vermutet hatten, dass das Rotkäppchen uns bleibt. Wohin? Ich folge Bender. Wir können Schule, wir können Sinki. Ich will Milter, Milter Power ist gut. Milter Power? Wie du meinst? Also ganz zum Schluss. Okay. Oder nicht? Ja, mir wurscht. Ich wäre eigentlich eher für Lipovka oder so. Bei Milter Power, da habe ich keine so gute Erfahrung. Oder wir machen Milter. Da gibt es auf jeden Fall genug Loot für uns alle. Die können auch Lipovka hochgehen. Mir wurscht. Ich folge Bender. Nicht mittendrin, sondern entweder vorne oder hinten bei Milter. Oder wohin jetzt? Oder Milter Power? Lass Milter Power. Milter Power. Hier vorne die Gebäude oder da hinten? Was gibt ja? Ich glaube, da kommt sonst keiner mit uns mit. Doch, wir waren noch zu acht. Wir waren noch zu acht. Ähm, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist... Sonst bleiben wir noch orange. Wenn alle zu orange. Orange. In dem Fall. Okay, die große Fabrikhalle. Wir, äh, Viererteam neben mir, äh, Fünf! 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 Rechts von uns. Ja, das sind aber Boots, oder? Ja, das sieht nach Boots aus. Ey, die mach ich platt. Die mach ich kalt! Also als erstes Tommy oder Shotgun oder irgendwas, ne? Ja, das ist so weit. Was geht los? Bender, was geht bei dir? Ja, das ist so weit. Cool. Cool. Haha, das ist so weit. Cool, cool. Super. Okay, cool, cool. Okay, cool. verdammt ich habe keine munition macht denn jetzt und molly kalt ich bin tot ok fast alles klar ich habe noch ein hp nicht ganz was sind die granaten schießen wenn du was machst du hast jemand vor dir ja da vorne irgendwo sei noch einer da ist der gelbe da hinten ist eine halbe leiche die dann rumkriegt ich habe kein hiel ich habe kein medisch darf der leila machen platt ich kann mir einer von ich bissle medisch darf line line ist zurück kann ich noch waffen noten wenn der erste stress vorbei ist ich brauche ein dings extended mag für die um falls einer sowas findet ich hätte eine extended mag für mp brauchst du suspender ja ich habe eine uzi aber wenn du mir einen barrel findest kannst du haben ok also da ist die barrel die barrel liegt hier unten also braucht jemand karabiner erweitert das magazin das magazin zweifach ich brauche munition habe ich nicht brauchst du hier das da sind erweiterungen und in der halle gleich links ist ein wir müssen in die zone jetzt muss ich doch jetzt muss ich doch auch spielen weil ich kann man jetzt schon für die umgefunden ob zum ist bei meinem markierer ist noch mal munition ist wurscht ich spiele das spiel in der halle links schauen wir dass ich ein autos ja ich bin immer noch live live 24 und der mini liegt hier übertreibt doch nicht bender ja komm mal her was für ein visier hast du ihre gibt mal her ich kann schon nicht das achter geben dann gibt es sechs herr dank war schlüssig nach der haupt sie war auf dem café zwölf drauf es ist der slr ich habe kein medis top geil das heißt da können wir alle mit alle rein alle rein wenn da wenn der verbände habt dann einfach ins ganze gerümpelten kofferraum ich habe keine position soll ich fahren ich habe pistole wenn ihr verbände habt schmerz den kofferraum wir können irgendwo anhalten wo wir looten können noch das ist ja aber ich habe ich habe jetzt zwei waffen und keine kreis wo das macht hier vorne am urz äh kurz lass mich kurz raus ich nehme zweites fahrzeug mit wird notfall wo ähm we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and happy new year danke den schubser habe ich gebraucht funktioniert doch alles wieder im buddha es ist ein bisschen kerosin dabei schade weil ich habe es kerosin mitgenommen einmal quer durch mülter okay hier wird rechts von mir wir hollen dich nicht wenn du stoppst gut vor uns vor uns wird geballert boah da geht es ab hier an der an der an der brücke da glaube ich links ne ne das ist hier bei mir vorne das ist hier vorne mein chammer macht gleich die grätsche was machst du denn ey hier sind welche ach was ja dann fahr in die zone die würden schon auf dich zukommen ich fahr auf die straße hey oh nein da ist auch noch rote zone jetzt auch noch oh mein wir hatten jetzt die gerade raus geschossen die lila ich nicht solltberg äh raus hier ist die straße ist gekommen lila bleib liegen lila wenn ich schieße bitte nicht raus guck mir okay nein ich wusste nicht wo ich sitze also hier unten ist ein profi wo hier sind profis am start bei gelb ja bei gelb bei gelb war es ein profi spieler gewesen bei meinem marker einen hab ich gekillt zwei hab ich gekillt das waren brotts äh bender das sind alles drei brotts deine ernst ja nein die sind mit dem auto dahin gefahren da ist noch einer da ist noch einer an meinem marker direkt hier hinten ich glaube wir haben sie alle ich weiß nicht ob noch einer da ist ehrlich gesagt ich muss kurz ins hall rein ich brauche noch sag mal können bots auto fahren wollt ihr mich veräppeln ne Zeit kommsch ich ist gelootet ich brauch noch Stoff was brauchsch sieben noch ok jetzt kommt der knaller leute wir brauchen wir müssen ein boot holen wieso hier ist boot hier ist boot hier ist boot hier ist boot ja das nehmen wir das nehmen wir rein ins boot und rüber egal ignoriert alle kasper da ist wurscht die sterben wir müssen rüber in die zone ok auf geht's bender rein komm ey hey ach doch bin drin ok also ich würde sagen hier raus und dann können wir hier noch ein bisschen looten hin 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 guck du lieber nach vorne da hinten interessiert uns das nicht wenn da gut gut nice oh ne wir müssen da oh shit wir müssen gleich weiter ich sag mal so ne ich glaube nicht dass viele den move mitgemacht haben den wir gerade gemacht haben ich glaube mit ein bisschen glück sind alle gegner auf der wo schießt du hin nach hinten wieder nicht schießen waren welche im wasser also im wasser schon warte mal wirklich wo bei gelb äh war kurz war kurz weil wenn da im wasser sind welche dahinten läuft noch einer dahinten läuft noch einer also ich hab gleich an der zone wenn die jetzt rüber schwimmen dann sollten wir es schon platt machen weil ich glaube die bots schwimmen da durchs was ja mach mach ruhig ich muss hier noch im haus looten ich ich nehme das andere hab nämlich auch ein bisschen oh von hinten drückt ihr das hin oder ne ich glaube ne das sind bots da vorne rennen welche da vorne rennen welche bei gelb ne ich weiß ich weiß ich weiß ich sehs bei gelb sind profis da hat mich mit nem karabiner headshot bei gelb ja mal gelb die sind raus aus dem wasser die sind rüber geschwommen anschein die sind rüber geschwommen anschein ok bei mir vorne ist auch einer und das sind das sind spieler hit hit der der dreier loot der dreier loot sind der läuft der läuft der läuft der läuft auf die hütte zu da läuft zur hütte ja ich hab halt echt nur ein vierer scope das nix ist hinter der hütte bot ok hä der typ der dir ein handy verpasst hat ist ein bot ne äh doch niemal oder der ist auch rumgelaufen wie ein bot ich glaub es hackt ja der hat irgendwie ein bot rumgelaufen hä der ist echt wie ein bot rumgelaufen ey die bots haben sie echt verbessert ganz ehrlich das ist echt krass ne 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 das ist kein bot echt nicht ne also der hat echt karabiner und umb und medischstoff also so wie der ausgerüstet war war es kein bot ne ich glaub die haben die bots entweder richtig krass verbessert oder es gibt leute die spielen mit botnamen aber ehrlich gesagt ich glaub ehrlich gesagt die haben die bots noch in die zone die zone ist minimal schneller als ich vorsicht jetzt muss man aufpassen ist gut möglich dass da ist ein auto direkt vor uns ja da renne ich auch hin ja in lowlife lowlife hey die zone verkündet ok bin drin heilen heilen höh das sind zwar in dem auto what ne hab ich grad reingefahren ach so geil wenn die gegner irgendwie das zeug im auto verlaufen ich hab hier vorne auto kannst ruhig red zu res hoch ich hab hier auto ja da oben die die bergspitze ist glaube ich ganz gut ja wir müssen rüber noch 14 am leben also wir noch 10 auf lasst doch da auch da weg scheiße scheiben kreis na ich war vier rad seht ihr irgendwelche gegner unten in der village sind glaubt welche ja aber die location wo wir jetzt sind die ist gut oder zum ersten mal wo man nicht einmal quer über die karte müssen ja ganz ehrlich oh geballer auf von westen west ja ja da hinten wird noch geschossen auf der anderen seite noch kann es sein dass es da unten an der brücke ist ne ja doch 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 auf der anderen seite andere seite da hinten das ist äh es klingt wie andere seite von der brücke da hinten läuft einer da hinten läuft einer ist jetzt auf der brücke laufen die über die brücke oder fahren die über die brücke die laufen da hat kein auto gefunden wahrscheinlich ok aber ist ne ich sehe jetzt nicht mehr schali na ich habe ich habe die reiten vorne platz schießen bei den autos die da vorne an der brücke stehen für was hast du eigentlich die schali im dmr ist ja oder ach so das mal zu adm das ist geil dmr und die ganze schrift links von uns trop blut hinterm buckel da oben wir haben zeit wir können wir haben zeit wir können dann guckt mal einer von euch nach hinten ja ich bin doch die ganze zeit nach hinten gucken die müssen zu uns wir laufen nicht rüber wir laufen nicht rüber wir laufen nicht rüber das ne passt schon passt schon ja ja lass uns hier bleiben das ist okay die müssen jetzt auch uns zu pushen das ist gut hat eigentlich eine von euch ein schrägvisier mhm die zone hat gerade noch einen platt gemacht ne wahrscheinlich oben aus dem buckel gut drop ich sehe keine gegen ne stell dir vor jetzt kommst du von hinten ne headshot eins zwei drei vier und ein panzer oder sowas und befährt ich ich rotz da mit meiner barrel drauf das blöd ist die häuser hinter uns sind noch zum teil drin ich hab nur schnell zugriff und keiner weiß das ist verdammt ich hab schnell zugriff das blöd ist genau der schrumpflipp der schrumpflipp der ist so könnte ich mir dir vorstellen so mit 80 so 80 verheiratet zwei enkelkinder die nur am suchten sind ja und der rest hockt mit der schrumpflipp da ein ganzes team shit die sind an der crate die sind auch noch drin leute fuck die sind auch noch drin jetzt aber aus der deckung schießen leila so dass sie dich nimmst du nen baum oder irgendwas die smoken ja ja weil die wollen dann einen wiederbeleben jetzt müssen wir aufpassen entweder müssen wir rüber und die müssen zu uns das sind zwei teams ja 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 aber die haben uns nicht gesehen die haben die smoke gesehen legt euch hin legt euch hin dann gehen die auf die anderen los die haben die smoke gesehen und deswegen wissen sie jetzt wo die anderen sind also die von der brücke schießen jetzt auf die smoke dudes ja ich könnte in einem so schön kronjuwelenshot geben ich könnte in einem kronjuwelenshot geben warte mal das ist level 1 der hat einzelloot ok ok wir müssen jetzt schauen wo die zone hingeht und je nachdem hocken wir uns ins auto und fahren rüber dann ja lila ist genockt lila kannst du nur hinten krabbeln warte warte wo bist du ja lila komm zu mir komm zu mir hinter den stein ja die müssen zu uns jetzt ja ich habe lila rauch ja ich habe lila rauch ja blauen den habe ich nur für dich gemacht ey der Baum zu wem soll ich jetzt fallen stop 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 weiter nach hinten weiter nach hinten lila bin noch bin noch ich sterbe jetzt ja ja oh scheiße die sind oben an dem Baum wo ich parkiert habe oder oben halt da oben ja langsam scheiße Lea ist weg aber die sind außerhalb der zone die müssen jetzt zu uns pushen ja wir auch nein wir müssen nicht so weit die müssen weiter wir haben ein auto die sind immer noch da oben am Dings die sind die haben jetzt gelitten die können eigentlich nichts machen die müssen jetzt zu uns ich wurde aber von rechts ich wurde von hier rechts genockt das ist ja das komische ich wurde von rechts beschossen vielleicht auch noch eine als wäre hier drüben noch einer ja der Typ unten am Berg den gibt es auch noch oder den unten am Berg der trifft auch gut der hat ein Gili wo liegt der? mir geht jetzt Mettisdorf aus oh von irgendwoher anders habe ich gerade einen Schuss gekriegt ich weiß nicht woher ja ja ich weiß ich weiß ich bin fast tot Lass uns das Auto nehmen wir fahren los ich muss laufen hier rüber hier rüber rechts ein Auto Gili 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 das ist der Gili der Gili ich sterbe jetzt direkt vor dir der ist hier du hast deine Pfanne getroffen Wender du hast seine ja nice er ist genug jetzt noch die beiden von oben ja verschiedene Reis holen ne lasst es lasst es kümmert ihr euch um die anderen beiden Kasper da oben ich habe nur noch zwei mehr die Dings Verbände und bin halbtot recht ich komm ich komm ich komm ich komm so nur noch einer ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung wo der andere ist ich auch nicht aber ich bin voll in der Zone also mir ist es wurscht könnten sogar die Crate noch holen ich traue mich nicht das soll die Bänder machen hier drüben wo wo oder Mark habe ich es gehört ja da oben läuft er hinterm Baum hinterm Baum ist da oben hinterm Baum ja ich habe ihm noch guten Hit gedrückt ihm oh mein Gott nice und wieder konnte Lila nicht mit uns feiern wie geil war es bitte das wenn der die Pfanne von dem Typen getroffen hat ich hätte mich auslachen können ich hatte einfach nur die Pfanne die Pfanne getroffen das war gut das war gut lustigste lustigste